Untertitelung im Auftrag des ZDF Hallo Wrestling-Freunde, heute habe ich mal wieder etwas besonderes für euch, nämlich einen speziellen Undertaker Fanartikel. Das ist die Box. Eine schöne mysteriöse schwarze Box. Und was ist drin? Die Urne des Undertakers. Die Urne kommt, wie schon gezeigt, in diesen schönen schwarzen Karton mit schönen lila Stoffeinlass. Holen wir sie mal raus. Das ist sie. Das ist natürlich Plastik. Der Deckel geht übrigens nicht ab, also wer vorhatte sich darin einäschern zu lassen, den Zorn kann ich euch ziehen. Es ist wirklich nur zur Dekoration. Schauen wir nochmal, wie schwer das ganze Ding ist. 822 Gramm, fast ein Kilo. Zu kaufen gibt es das ganze im WWE Shop, Amazon, Ebay. Ich glaube das günstigste dürfte da WWE Shop sein. Nur gefällt es ganz gut als Undertaker Fan. Das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, ob man sich wirklich zu Hause in der Urne hinstellen möchte. Ich habe damit kein Problem. Alles in allen ein sehr cooles Sammlerstück. Bis dann.